Ich bin aber fest davon ausgegangen, dass das so sein wird. Denn bevor ich diese Hypnose konzipiert hatte, habe ich mal geschaut, unter Anti-Coronavirus-Hypnose, gibt es da auf YouTube schon Suchtreffer? Nein, es gab noch keine. Ich habe auf Amazon geschaut, gab es da schon Suchtreffer? Nein, es gab noch keine. Und ich habe noch bei ein paar anderen Stellen geschaut. Und ich habe vor allem auch geschaut, ist die Domain anti-coronavirus-hypnose.de noch frei. Ja, sie war noch frei. Und ich habe dann auch geguckt, Anti-Coronavirus-Hypnose, Corona-Hypnose und so weiter und so fort. Alles, wonach ich gesucht hatte, war noch frei. Ich habe mir diese Domains alle gesichert, weil, was macht jemand, der im Radio oder im Fernsehen von der Anti-Coronavirus-Hypnose hört? Ja, im Fernsehen, da gibt es keinen anklickbaren Link. Im Radio gibt es auch keinen anklickbaren Link. Also, wenn einen das interessiert, merkt man es sich sinngemäß. Und dann gibt man es halt in die Suchmaschine seiner Wahl ein. Und viele, und das weiß ich, weil ich mich damit schon seit einer ganzen Weile befasse, die sich im Internet immer noch nicht auskennen, die tippen das ein. Ja, die tippen dann ein anti-coronahypnose.de, obwohl die Hypnose anti-coronavirus-hypnose.de heißt. Das heißt, sie tippen sie eigentlich falsch ein. Und, weil ich das weiß, weil ich damit gerechnet habe, habe ich mir eben alle möglichen Domains gesichert. Und die leiten alle auf anti-coronavirus-hypnose.de um. Mit Bindestrichen, ohne Bindestrichen.